Und damit willkommen zurück zur Baldur's Gate 3 Episode 3 und wir haben ja hier mit dem Kampf hier aufgehört, der so ja ja mittelmäßig gelaufen ist, aber wir haben noch einiges zu entdecken hier. Ja, okay, ähm, wir gehen mal hier raus. Oh, ich würde sagen, war hier noch was besonderes? Nein, wir gehen mal hier rein. Oh, da werden wir noch kauft. Implizierst du damit, dass wir hier Untote haben werden? Oh, verrolltete Truhe. Schriftrolle, Schutz vor gut und böse Schütze der Verbindung gegen die Angriffe und Kräfte von Apparation, Celestis, Schnellamethan, Feen, Unholden und... Hau mich, tut. Okay. Oh, wir können Zauber erlernen. Ähm, allgemein. Wo war das? Hä? Okay, schau dich mal ein bisschen später an. Gibt's hier... Hier sind... Probieren wir es mal mit der Tür. Ja, verschlossen. Also mein Bauchgefühl sagt mir, wir sollten hier noch nicht sein. Zumindest nicht in dem Zustand, den wir aktuell haben. Ähm... Das wird sich gut enden, wetten. Das ist doch bestimmt eine Falle. Was? Rundenbasierter Modus. Ah, da befindet sich jetzt im rundenbasierten Modus. Das Spiel um dich herum wird passiert und die Zeit wird in den Runden unterteilt. Ah, die jeweils sechs Sekunden repräsentieren. Der rundenbasierte Modus kann genutzt werden, um Fallen, Gefahren oder das... Zug beenden. Jeweils sechs Sekunden. Was? Was genau? Ah, Leitfaden des... Wo war das? Nur bis sieben Schaden. Äh... Versprechen, dass es so ist, wenn der Speer das Ziel verfehlt, erfolgt der nächste Angriffswurf. Okay. Dann wird der Schlüssel alles nehmen. Kann ich... Kann ich das ausrüsten? Ähm... Ungeübt... Äh... Dass du weder Angriffswürfen mit deiner Übungsrunde hinzufügen, noch die Spezialwaffen der Waffen einsetzen kannst. Hm... Das ist vielleicht doch nicht so schlau. Achso, das war eine Aktion. Darf ich jetzt nicht mehr machen. Ansonsten... Würde ich sagen... Stell ich mich doch mal hier hin. Wahrnehmung fehlgeschlagen. Zug beenden. Möchtest du... Ist da? Eine Falle. Du brauchst ein fallendes Schärferwerkzeug, umgefallene... Okay, aber wir haben eine Falle gefunden. Zug beenden. Ich drücke es mal hier hin. Ich drücke es mal hier hin. Lüftungsschächte. Die schwere Gegendsteine können über Lüftungsschächten platziert werden, damit nichts gefährlich aus ihnen... Was? Was? Oh, ich... Ich glaube, ich werde hier richtig schön fehlen. Ähm... Schwieriges Gelände. Na, dann komm mal hier hin. Zug beenden. Oh. 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 Puh. Hilf mir was, bitte. Okay, und dann... Gehen wir nach da hinten. Da ist die nächste... Falle. Und du trinkst mal einen Trank. So. Trank. Ja, das war nicht so geil. Müsst mal hier hin. So, wir stehen jetzt... Ach steht, wir stehen jetzt genau da. Ja, das war jetzt nicht so schlau. Ähm, du könntest aber mal heilen. Heilige Flamme. Schild des Glaubens. Göttliche Führung. Segen des Lichts gewährende andere Kräte. Vorteil beim Würfeln. Hä? Gab's nicht? Ach da, Stufe 1 Zauberplatz. Hammer nicht mehr frei. Schriftliche Gedanken wahrnehmen. Konzentriere dich, um die Gedanken von mancher Kreatur zu lesen. Ne, zu bänden. Du bist auch mal nach da vorne. Ansonsten... Bart jetzt erstmal. Ja, das war sehr schlau von mir. Ja. Mir bitte ein zweites Mal helfen. Und dann kannst du da irgendwie da hinten reingehen. Zu bänden. Ich würde sehr gerne nicht genügend Bewegungsrate. Ja. Du kannst so auch nicht lang gehen. Gehen wir da hinterher. Ja. Geil. Wir haben eine Person, die stirbt. Verschlossen. Ich komm hier auch wieder nicht... Ach nee, oder? Zu bänden. Du musst jetzt mal da bitte da rüber. Und dem nächsten müsstest du sie mal kurz retten. Ah, shit. Ähm... Ja, ich hätte hier nicht... Ich hätte hier nicht reingehen sollen. Ja, das... Shit, shit, shit. Ich glaube, ich würde gerne nochmal neu laden. Das... Ah... Dass du hier nicht... Wie weit kommst denn du eigentlich? Nicht genügend Bewegungsrate. Ich kann dich da nicht hinschicken. Äh... Da könnte es höchstens da hinter der Statue... Oh, was? Okay. Das ist dramatisch nach hinten losgegangen. Das... Wird nichts mehr. Leute... Ich lad hier nochmal neu. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Ich hab mal geladen. Und... Es fühlt sich irgendwie wie Cheaten an, dass ich das gemacht hab. Naja, eigentlich ist es das auch. Aber... Ähm... Kein Fall ist der für Werkzeug verfügbar. Kann ich da... Ja, es geht nicht. Kann das irgendeiner von euch eigentlich? Nein. Hm? Auch nicht? Hm. Keiner. Okay, das Sarg bleibt jetzt mal zu. Ich kann ja hier nix entschärfen. Ähm... Ich glaube, wir gehen mal direkt noch da hinten. Ja... Da ist ne Falle drin. Oder als ich den aufgemacht hab... War hier Mayhem angesagt. Ja... Okay. Ähm... Schurke. Kannst du da was machen? Verschlossen. Um ein Schloss zu knacken, kannst du dein Diebeswerkzeug verwenden. Ohne den passenden Schlüssel finden. Ja... Wie mach ich das? Ach... Schlosskacken. Oh... Hier können ziemlich viele Bohnen. Schwierigkeit 15. Ja... Das war ein Fail. Scheiße, den Dreck. Ähm... Inspiration. Komm. Bitte, 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 bitte. Nein! Das kann es doch nicht sein. Nochmal. Kann ich dann Polos hinzufügen? Örtliche Führung. Ja, komm. Machen wir mal. Wehe, es geht jetzt nicht. Ja... Okay, wow. Ähm... So, danke für's aufmachen. Oh. Oh. Ähm... Es ist doch der Platz, wo wir... Ja... Ja, wow. Ja, wow. Das hat's jetzt... Das hat sich jetzt richtig gelohnt. Jetzt sind wir im Kreis gelaufen. Äh... Können wir wieder reingehen. Ähm... Dich fass ich nicht an. Nein, dann bleibt ja... Dann bleibt ja nur noch das da hinten. Katastrophe. Mittlere Zähigkeit. Schwere Eichentür. Ja, was du dir sagst. Ähm... Schloss knacken. Schwierigkeit 10. Mal so. Oh, really? Die... Oh. Okay, cool, danke. Das ist bestimmt so indirekt die Strafe dafür, dass ich den Spielstand geladen habe. Oh, oh. Ähm... Irgendwas sagt mir... Dass die Kollegen hier aufstehen werden. Okay, Gold. Schriftrollbrennende Hände. Kampfstab. Ja, da ist nichts drin. Wir werden hier mal looten, weil so Tränke wären nicht schlecht. Haben wir hier noch was. Da ist eine Tür. Gehen wir zu dem da. Hm... Schlüssel. Dolch. Nö. Aber Gold. Dankeschön. Und... Uh... Ja, das wäre super. Tasse. Hm... Ne. Äh... Da hinten. Das ist ein Knopf. Was? Religion? Was ist sowas? Ach so. Ich speichere mal ganz kurz. Äh... Neuer Spielstand. Dankeschön. Stop drücken. Ah, shit. Ah, man sollte vielleicht nicht einfach so Knöpfe drücken. Hm... Schenkelschuss. Probieren wir es mal. Lamm gelegt. Geil. Geht es nochmal. Ah, nicht genügend Ressourcen. Ansonsten... Gehen wir hier hin. Schenkelschuss. Schenkelschuss. Verstecken. Das ist eine Bonusaktion. Verstecke dich erfolgreich. Ja, das hat hier eh nicht funktioniert. Ah, zurück werden. Weißt du was? Du gehst mal hier hin. Ja, tun sie. Armbrüst. Kriegen wir den von da oben. Nachteil, weil er oben ist. Was haben wir hier noch? Durchbohren der Schuss. Ich probier's. Ah, shit. Hat nicht funktioniert. Zug beenden. Ähm... Was kommt man hier? Heilige Flamme. 60. Bringt das überhaupt was? Hm. Ja, gab Schaden. Was weißt du... Setz dich mal hier hin. Zug beenden. Er ist dran. Er ist dran. Oh, shit. Mr. Magier. Ah, da kommst du nicht sehr weit. Indeed. Kann keine Zauber... Oh, nein! Ja. Ähm... Muss ich hier wieder raus? Nicht mehr verstummt. Okay. Feuerpfeil. Ich glück... Nein. Was sollst du denn da treffen? Warum brauchst du Bewegungsrate für das? Ihn würdest treffen. Drei Schaden. Zug beenden. Ach, Mann. Da oben ist auch noch einer. Ich hätte mich umsehen sollen. Ja, natürlich. Ähm... Shit. Ähm... Auf Wiedersehen. Rückzug. Zieh dich... Unversetzt zurück. Bewegung provoziert. Keine... Gelegenheitsangriffe. Okay. Wir gehen... Ach, da. Zug beenden. Kältestrahl. Ach, so ein Scheiß. Zieh sicherer Schlag. Sei bei deinem nächsten Angriffshof im Vorteil. Zwei Züge. Das ist eine Ak... Mh... Komm. Ja, geil. Fehlschlag. Äh... Erster Grad. Ja, warum? Okay, vergiss es. Zwölf und vierzehn. Wir... Nee... Komm, wir gehen mal hier raus. Und du bist verstummt. Du kannst jetzt nichts mehr machen. Kannst du den Kollegen da oben... Nee. Du bist ein Problem. Yes. Verstummt aus. Ich möchte, dass du hier hingehst. Zehn von siebzehn. Zug beenden. Ja, geil. Fehlschlag. Oh, das war ein Treffer. Kriegen wir den... Feuerstrahl. Das könnte funktionieren. Ach, scheiße. Der ist ja da oben versch... Da... Ah... So ein Shit. Acht von vierzehn. Kurt, du bleibst da oben. Jetzt macht natürlich er sein Ding. Und er ist am sterben. Geil! Nicht genügend Bewegungsrate. Ähm... Zu weit entfernt. Zu weit entfernt. Hm... Mist, mit dem da oben. Hm... Fünf bis zehn. Wirken zusätzlich Schaden bei Gegnern, gegen den du im Vorteil bist. Also, das war ja getarnt. Geh aus der Sicht des Gegners und versteck dich. Naja, das hat jetzt... Muss im Vorteil. Okay. Dann irgendwie tarnen. Fehlschlag. Raffinitation Rückzug. Verstecken. Oh, nur Saktion. Nicht genug... Ich kann mich halt nirgendwo verstecken. Ähm... Sonst gehen wir da hinten hin. Ah, scheiße. Das wird nix. Äh... So, ihr Spitzer. Hm... Noch ein Kälte. Verhindert bist du deinen nächsten Zug, dass das Ziel heilt. Nein, das brauche ich eigentlich nicht. Licht. Säule, glaube ich, wäre eigentlich ganz cool. Nice. Gab Schaden. Und ich habe keine Aktionspunkte mehr. Ah, shit. Allgemein habe ich sonst nur irgendwie was, was ich geil machen kann. Äh... Ne. Wir laufen mal ein bisschen weiter. Na, aber eigentlich müsste ich zu ihm. Shit, das war dumm. Ich müsste zu ihm irgendwie rauf. Kommst du zu ihm hin? Ah... Nicht genügend Bewegungspunkte. Ah, so ein Scheiß. Nicht genügend. Heilige Flamme. Nice. Einer weniger. Dann gehen wir mal nach da oben. Wir enden. Shit. Na, jetzt macht er das schon wieder. So, weißt du was? Da findet der... Was sind die Bonusaktionen? Verstecken. So, und dann... Müsste das hier gehen. Ja, im Vorteil. Geil. Hab ihn. Okay, ich muss wesentlich schlauer mit den Klassen umgehen. Und für dich habe ich zu wenig Punkte. Ich kann nicht zaubern, aber ich muss trotzdem irgendwie zu dir. Okay, wir stellen uns mal da unten hin. Das ist jetzt nicht das Schlaueste. Aber ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Zieh sich rerschlag. Ja, das wird nix. Ja. Zug beenden. Nicht genügend Ressourcenwert. Ja. Ähm... Bewegung verringert. Kannst du das Menü nochmal bitte zurückgehen? Abbildbeschwerden. Leg deine Gegner mit deiner Illusion, ob im Abstand von bis zu drei Meter von der Illusion sind. Deine Angriffshürfe und die deine... ...Bündenden im Vorteil. Okay. Wir bleiben da hinten. Ich weiß nicht, ob das einen Vorteil hat. Yes. Kritischer Fehlschlag. Ähm... Bin ich noch versteckt? Meinte ja, ne? Wir müssen da irgendwie hin. Geh zumindest mal bis dahin. Ach, wir hätten eigentlich auch Spur machen können. Der nächste Fehler. Du wirst ja hier nix treffen können. Ja, er ist zu weit entfernt. Zug beenden. So, hier rauf. Bitte einmal helfen. Das war jetzt ne Aktion, ne? Ja, geil. Kann ich ihm im Kampf... Warte mal. Kann ich das aufteilen? Äh... ... ... ... Ich gebe mir dann ein Vorteil beim Würfeln. Und ansonsten kann ich nix machen. Ja, komm. Einmal draufhaufen. Jaaa... ...geil. währenddessen gerade schon mal looten. Wird besser. Du bleibst da hinten. Zugbecken. Ja, Fehlschlag. So, du bringst erst mal. Und du konntest auch nichts mehr machen. Ah, ist so ein... Oh, nee. Wie weit kannst du... Lauf du mal bis dahin. Ah, du brauchst noch was für Fernkampf. Müssen wir ihm unbedingt geben. Ähm... Fehlteraktion spurt. Bis... Wo steht er? Da hinten. Da, bitte, bis ich schon. Wir brauchen den Rast. Wir brauchen den Rast. Wir brauchen den Rast. Musst du ihn treffen? Ja, also gar nicht Vorteil. Ja, geil. So, looten. Geil. Alles mitnehmen. Achso, nein. Den haben wir schon. Mal tischen. Yes. Kampfstab. Äh. Die da unten nehmen wir jetzt auch noch mit. Ja, geil. Sag mal, du... Hast du einen Trank? Nie, ne? Hast du die... Ehrlige Flamme. Schild des Glaubens. Ich glaube, ich gebe dir auch mal einen Trank. Und zwar von mir aus. Wo war das nochmal? Stapel, Stapel, Stapel. Ach da, Stapel teilen. Annehmen. Ah, ein Schattenherz, bitte. Dankeschön. So, lagern Rastmenü. Kurze das. Du kannst zweimal täglich 50% deiner Trefferpunkte wieder herstellen. Hexemeister stellen ihre Zauberplätze wieder her. Machen wir jetzt einmal. Der wäre vielleicht schlauer gewesen. So. Was haben wir jetzt eigentlich hier drin gekriegt? Ganze Stress muss doch für irgendwas gut gewesen sein. Amolette, verlorene Stimmen. Mit Toten sprechen. Alles mitnehmen. Ich speichere mal ganz kurz. Mit dem neuen Spielstand. Danke. Ganz große Chance, dass das eine Falle ist. Ich speichere mal ganz kurz. So he has spoken, and so thou standest before me. Right, as always. What a curious way to awaken. Now, I have a question for thee. What is the worth of a single mortal's life? Er hat also gesprochen. Wen meint er damit? Ich bin leicht verstört, nachdem ihr soeben aus dem Kopf gekommen seid. Was seid ihr? Ein friedlicher Untoter. Interessant. Was will ich machen? Glaub ich? Glaub ich? Ich glaube, das was seid ihr ist ja irgendwie offensichtlich, oder? Ich mach mal das. Curiousity. Nothing more. Wilt thou answer my question? Ja, so I ask again, what is the worth of a single mortal life? Kein Leben ist mehr wert als ein anderes. Wir sind alle gleich. Das hängt von den Taten einer Person ab. Leben ist nur als wir an uns gebracht. Nur das zählt. Jedes Leben ist unendlich wertvoll und verdient jegliches Opfer. Lediglich mein Leben ist von Bedeutung. Ja, eigentlich vier. Ich gehe auch mit vier. Und so balance ist achieved. Wenn alle sind in niemand kann winnen. Sehr gut. Ich bin glücklich. Wir haben uns und wissen deine face. Wir sehen uns wieder in der proper Zeit und Platz. Das war's. Du steigst aus deiner Gruft aus und... Okay. Oh. Elixier. Mächtige Sächer von Arkan. Ditte Öl der Schärfe. Nice. Silberbahn, Megagold, Seelmünze. Diese Münze können infernalische Maschinen antreiben. Okay. Das ist ein Rohstoff. Äh, ach shit, das hab ich jetzt mit ihr genommen. Naja, egal. Ähm. Schauen wir mal hier rein. Wir haben irgendwie nur gar nichts erreicht. Außer, dass ich schon mehrmals die Fakten draufgegangen bin. Falle? Falle? Nee. Noch so eine Seelmünze. Die nehm ich mal mit. Schild. Und dann hab ich hier Stichschaden. Nehm ich mal mit. Truhe. Ähm. Was hat's mit dem Buch? Buch der Toten Götter. Das Buch ist far lighter than it should be with such a massive lock. Hm. Keine Kunde. Zu Saboteische Zwecken nach einer Kahnruhne suchen. Das Schloss aufschlagen. Zauberer Charisma. Dein Willenbündel und... Hm. Machen wir mal das. Zehn. Plus drei Charisma. Yes. Kale. Als die Locker öffnet, Weak magic pulses from the book. Such a waste. Binding it to dry, dead parchment. What was once script is now an obliterated scrawl. You have a sense these are names a list. But of what? Finde ich den gut? Ne, probier's mal. Wird schon schief gehen. Ja, geil. Gods. These are the names of gods. Once lost, but now restored after the second sundering. The last three names in this book sit close together but are so devastated by the scroll as to be unreadable. Entire pantheons have dwindled and been reborn. Silently recorded by this book. Hm. Okay. Ich weiß nur nicht so genau, was ich jetzt damit anfangen soll. Okay. Wir gehen hier erstmal wieder nach da unten, I guess. Hier ist schon eine Schriftrolle. Welche Strahle? Und im Lager sollte ich mal die ganzen Ausrüstung mal verteilen. Beziehungsweise einer von den Leuten wird, denke ich mal, unser Tragesel werden. Geht's hier weiter? Was ist das? Ach, ein Hebel. Okay. Okay. Wir haben's geschafft, I guess. Ah, das sieht... Jetzt sind wir hier wieder. Was? Überleben? Was, 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 was? Oh. Okay. Ja, toll. Wir haben keine Schaufel. Oder haben wir die Schaufel? Ähm. Nö. So eine Schaufel? Nö. Nö. Eine Schaufel. Okay. Ja, genau da. Komm, wir schaukeln. Hm. Da oben ist nichts. Ah, da. Hey, Moment einmal. Holzgiste. Eio. Essen ist immer gut. Okay, mal umsehen. Ich glaube, da geht es nicht weiter. Aber da. Können wir... Danke. Ich möchte gerne mit mir selber gehen. Das ist hier immer so was von... Ne Falle. Aber die wurde schon ausgelöst. Und auch. Oh, es ist hier. Wir nehmen es nach der Groove. Zornruh war richtig. Yellow war ein Toad. Und zweit wie ein Toad. Oh, es ist hier. Das Ding ist gefährlich. Es ist für die Goblins zu töten. Und wenn es es geht, wie wird es... Oh, ein Gäste. Your skull pounds in response to the prisoners' white-hot stare. Her lips don't move. Yet you hear her voice. Get rid of them. Ist täuschtend gut. Plus drei. Ah, ich glaube, diesmal wird es failen, ha? Oh, nee. Tatsächlich nicht. Ich habe Glück. Ah, überzeugen wir. Ich brauche dringend Heilung. Ja, das brauchen wir tatsächlich. Überzeugen Übung. 20. Nice. Ist das ein Crit? chit. Look for Nettie. Whatever your wound, she can mend it. And be careful. There are goblin traps everywhere. Nymessa. Come. Enough gawking. Get me down. Sagt sie, bitte. okay questionable intellect unsurprising release me or enjoy a future mind flayer the atrocities we are becoming I know a remedy release me and I will share it ähm ja, würde ich gerne machen ich wüsste wie ähm ähm ja, da hängt ein ich kann mit der Kamera halt nicht weiter raus ähm ich hab äh platz ein K da hinten ja, ähm ganz ehrlich na, nicht nochmal reden ähm Ambust niedere Position ne, ich will sie auch nicht warte mal da oben am Berg ne, das blendet einfach aus ja, gute Frage ja, ich weiß nicht wie wirklich nicht mhm ne also erschließt sich mir jetzt gerade nicht da kann ich auch nirgendwo rauf gehen hier ist nix spannendes ich mein, geht's hier dann rauf ne, geht's auch nicht ja okay ähm auch in die hell ah okay die Tadpole hasn't yet scrambled all your senses auspicious but the longer we wait the more it consumes my people possess the cure for this infection I must find a crash you will join me careful she obviously sees your kindness is weakness don't let her take advantage ähm da hat sie irgendwo recht ne ich dachte ihr hättet längst ein Heimmittel hier bei euch richtig danke wäre ja nicht verkehrt ja, reisen wir zusammen und suchen diese Krippe was genau ist eine Krippe ja und die können auch uns helfen ja gut komm mal mit ähm okay ja, gehen wir ins Lager ich versuch's aber okay dann sollten wir zu diesem Camp sie läuft auch einfach los aber schön dass die Charaktere nicht einfach verschwinden wollen wir da eigentlich wieder runter zu dem ist es der Ort wo wir gewesen sind ich glaube ja ne ja da ging's ja genau doch da waren wir okay ja wir gehen hier rauf I guess dann ganz kurz die Karte ja okay die Karte bringt mir jetzt nicht sehr viel lass uns mal da lang gehen ich höre Stimmen Wegpunkt? wo? ach da sehr gut ja komm Öffne die Brücke! Niemand kommt in! Zevlor's orders! Das Pack von Goblins wird uns auf jeden Fall! Was ist passiert? Goblins sind auf unserer Beine! Öffne die Brücke, Zevlor, jetzt! Du lasst Goblins hier? Wo ist der Druid? Bitte, es gibt keinen Zeitpunkt! Ach du! Jetzt würde ich es zulassen! Jetzt würde ich es zulassen! Äh... Nein! So... Ähm... Kannst du dich verstecken? Ah... Nicht genügend Bewegungsrate! Ich glaube, du bleibst dann versteckt! Beziehungsweise hinterhältiger Angriff! Ja! Nice! Zu bänden! Ach ne, da oben ist einer! Oh no! Okay, sehr geil! Benommen! Oh shit! Der... Der... Zwirbelt ein bisschen, der Kollege! Okay... Was machen wir? Was machen wir? Sorry, Spitzer! Wie weit geht der? Ähm... Scheiße, das trifft eben mit! Und so sind es aber nur die zwei! Okay, geil! Und dann habe ich jetzt keine Charaktionen mehr! Wir gehen mal da hin! Ah... Neun von 14! Wir warten mal! Oh, noch einer, der hilft da! Gott sei Dank! Oh! 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 Das hat tatsächlich funktioniert! Wir gehen mal ein bisschen weiter nach vorne! Und bleibst stehen! Nein! Ah! Du brauchst... Warte mal! Inventar! Auf die Distanz! Haben wir noch irgendwas für Distanz? Kurzbogen! Jo! Schick das mal Schattenherz! Sind wir dann Schattenherz? Dankeschön! Schick das mal! Ich kann nicht aufstehen! Ich kann nicht aufstehen! Du... Ausrüsten! Perfekt! Ähm... Wir schauen mal aus! Wir schauen mal aus! Bedroht! Ich... Ach shit! Das war jetzt eine Aktion! Ja, klar! Ich möchte Lexier-Akan! Du hältst zusätzlich einen Zauberplatz! Das zweite... Ja, das ist jetzt... Nö! Lexier-Wachsamkeit... Nö! Kriegt eigentlich auch nichts. Kannst du erst mal hier hinstellen. Das Erste. Zugehänden. So. Raffinierteaktion. Versteckend. Die sehen jetzt natürlich alle da her. Ach, so ein Shit. Ja, das funktioniert nicht. Okay. Wir werden Schenkelschuss machen dafür. Sieht außerhalb der normalen Reichweite. Oh, er da. Das ist sogar ein Vorteil. Geil. Gehen ein bisschen weiter nach vorne. Zu bänden. So, Tolle. Ähm, Licht, Knochenkälte. Verinnerbiss zu dem nächsten Zug. Ja, das war das mit dem Nichtheilen. Eins bis sechs Schaden. Schleift diese merkwürdige Knolle auf ein Ziel. Um wirklicheweise Kreaturen und Objekte heran. Wiederbeleben. Brennende Hände. Oh, drei bis 18. Was, wir gehen mal hier hin. Äh, war der meister Nahkampf. Jedes bändende Bauazil wird mit 3 bis 18 getroffen. Das hat irgendwie gar nichts gebracht. Okay, das hat nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Ja, dann. Hm, ich fliege an einem Ort in der Nähe ohne Gelegenheitsgriff auszulösen. Ich kann fliegen. Ja, ne, bleib stehen. Das war leider ein Fail. Okay, noch einer weniger. So, werter Magier. Magier Hand. Erzeuger in Geisterhand, die mit... Ja, ne, das brauche ich nicht. Kältestrahl. Kommst du da zu ihm hin? Oh, scheiße, der hat 20. Fehlschlag. Ja, okay, du bleibst da hinten. Heilige Flamme, 1 bis 8. Ja. 50, 50, 55. Ja, das war ein Treffer. Und mehr kann ich auch nicht machen. Wohin, du gehst mal. Das ist, glaube ich, nicht so gut, dass die zusammenstehen. Ein wegen Flächenschaden. Ich werde stecken. Kann ich mich irgendwo da verstecken? Nee. Da ins Gebüsch zählt ja auch nicht. Das sehen die ja alle. Hier vielleicht irgendwo. Nee. Da komme ich nicht rauf. Ja, okay. Oh, Feuerpfeil. Wohin? 80. Genau. Ich glaube, wir gehen nochmal auf den... Auf den Kollegen hier. Ja, geil. Sechs Schaden. Gut. Wir enden. Nice. Nächste Daumen. Und. Sorry, Spitzer, rentiert sich nicht. Es stehen alle zu nah zusammen. Okay, dann wird es normal. Fernschaden. 60. Ja, auf den Kollegen. Geil. Treffer. Du stellst dich mal hier hin. Geh enden. Ja, Big Boy is down. So, du brauchst eigentlich auch was für einen Fernkampf. Lass uns das Aum nochmal ganz kurz schauen. Habe ich da noch was? 2 bis 9. Senden an. Wie heißt der nochmal? Gail. Gail. Dankeschön. Schön, dass das geht. Aber wenn ich dich jetzt... Ach nee, wir machen noch Feuerpfeil, weil das ist ja wieder eine Aktion. Auf. Oh, nur noch einen. Der hat zwei. Ja, komm. Schieß. Ja. Nice. 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 Komm mit dir. Brennen. Ja, dann. Letzter Pfeil. Das gibt's doch nicht. Alles Fehlschläge hier. Oh, komm. Feuerpfeil. Ja. Das war der letzte von ihnen. Inside. All of you. More may follow. Open the gate. Nice. Oh, geil, 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 geil. Ja, wir werden jetzt da natürlich looten, wenn die das nicht machen. Nehmen wir mal mit. Schädel brauche ich nicht. Der hat nix mit dabei. Schädel. Nö. Uh. Handschuhe der Macht. Verderbende Absolution. Bei einem Nahkampftreffer bewirkt er möglicherweise ein Malus von 1, die 4 auf den Angriff. Oh, ja. Nö. Habe ich damit nix anfangen momentan. Schriftrolle nehmen wir mit Ritualstab. Nö. Nö. Okay. Passt. Ich würde sagen, liebe Leute, wir machen hier erstmal Schluss für die Episode. Die ist eh schon wieder viel zu lange. Und machen dann in der nächsten weiter. Wenn wir dann hier ins Lager reingehen. Und dann mit deren Heil am Araden reden. Wenn man uns helfen kann. Ansonsten haben wir noch Option B. Gehen zum Lager. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War ein bisschen chaotisch. Aber nice. Gefällt mir das Spiel. Bis dahin. Viel Spaß bei euren Abenteuer. Ja. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis dann. Euer Brabura. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.